Willkommen zur Welt der besten E-Scooter. Elektrische Roller sind heute eine beliebte und umweltfreundliche Alternative für den urbanen Verkehr. Mit immer mehr Menschen, die nach nachhaltigen Fortbewegungsoptionen suchen, sind E-Scooter zu einer bequemen, erschwinglichen und umweltfreundlichen Option geworden. In diesem Video präsentieren wir Ihnen eine Auswahl der besten E-Scooter auf dem Markt. Ob für den täglichen Pendelverkehr oder für Freizeitausflüge, diese E-Scooter bieten hohe Leistung, lange Akkulaufzeiten und fortschrittliche Funktionen, die Ihnen ein komfortables und sicheres Fahrerlebnis bieten. Lassen Sie uns einen Blick auf die besten E-Scooter werfen und herausfinden, welche am besten zu Ihnen passt. Auf Platz 5 geht es aufwärts für die Razer E90 Electric Scooter Power. Der Razer E90 Elektroroller ist ein beeindruckendes Fahrzeug für Kinder ab 8 Jahren mit einem maximalen Benutzergewicht von 54 kg. Mit seiner innovativen Power-Core-Technologie und einem wartungsfreien, drehmomentstarken 85-Watt-Naben-Motor bietet er eine sanfte Beschleunigung auf bis zu 16 km pro Stunde mit einem einfachen Druck auf den Gashebel. Die wiederaufladbare 12V Bleisäure-Batterie ermöglicht eine verlängerte Fahrzeit von bis zu 80 Minuten im Dauerbetrieb, was für stundenlangen Fahrspaß sorgt. Ein herausragendes Merkmal des Razer E90 Elektrorollers ist der Hinterradantrieb, der für eine bessere Gleichgewichtskontrolle und Traktion sorgt, was zu einer sichereren und stabileren Fahrt führt. Der leichtgewichtige Ganzstahlrahmen und die Gabel sowie der plattenfreie, luftlose Hinterreifen sorgen für eine solide Fahrt und eine angenehme Fahrerfahrung. Die handbetätigte Vorderradbremse ermöglicht eine zuverlässige Bremsleistung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das Parken und Lagern des Razer E90 Elektrorollers ist einfach dank des einklappbaren federbelasteten Ständers. Die extra breite Plattform ist ergonomisch geformt und der hintere Flügel sorgt für eine sanfte und kontrollierte Fahrt. Der innovative Nabenmotor des Rollers sorgt für eine effiziente und wartungsfreie Fahrt, während das geringe Gewicht und das hohe Drehmoment des Rahmens die Leistung auf ein neues Niveau heben. Die Qualität des Razer E90 Elektrorollers ist kompromisslos, wie von Razer gewohnt. Die Marke Razer ist bekannt für ihre Qualität, Sicherheit, Service und Stil bei Jugendfreizeitprodukten. Mit dem Razer E90 Elektroroller erhalten Sie ein Originalprodukt, dem Amerika vertraut. Akzeptieren Sie keine Imitationen, sondern wählen Sie Razer für ein erstklassiges Fahrerlebnis. Auf Platz 4 geht es aufwärts für die Urbetter E-Scooter. Der Urbetter E-Scooter ist ein leistungsstarkes und praktisches Fortbewegungsmittel für Erwachsene mit vielen beeindruckenden Funktionen. Mit einem DC-bürstenlosen Nabenmotor von 36V und 7,5Ah ist es mühelos möglich, Hügel zu erklimmen und lange Strecken abzudecken. Die 8 Zoll Wabenreifen sind ein weiteres Highlight dieses Elektrorollers, da sie aufblasbare Reifenprobleme vermeiden und die Passierbarkeit verbessern. Der hochdichte, hochfeste Vollgummi der Reifen sorgt für hohe Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer der Reifen. Darüber hinaus verbessert das Design der Wabenreifen die Stoßdämpfung und sorgt für eine angenehme Fahrt. Ein weiterer großer Vorteil des Urbetter E-Scooters ist sein schnelles Zusammenklappen und sein stabiler Rahmen. Der neu entwickelte Klapprahmen ermöglicht ein einstufiges Zusammenklappen, was flexibel und bequem ist und das Klappproblem für den Benutzer leicht löst. Der Klappknopf befindet sich oben und in der Nähe der Stange des Elektrorollers, was ihn leicht zugänglich macht. Das Stoßdämpfungssystem, das perfekt auf die Wabenreifen abgestimmt ist, bietet zusätzlichen Komfort während der Fahrt. Die Fahrsicherheit bei Nacht ist durch die vorderen LED-Leuchten und die Sicherheitswarnrückleuchten gewährleistet. Die Rücklichter leuchten hell und blinken beim Betätigen der Bremsen, was nachts auffälliger ist und eine zusätzliche Sicherheitsgarantie bietet. Der LCD-Bildschirm zeigt die Leistung, Geschwindigkeit, Gang und Kilometerstand des Rollers klar und einfach an. Der rote Knopf fungiert als Schlüssel und ermöglicht einfaches Ein- und Ausschalten des Fahrzeugs sowie das Wechseln der Gänge. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des Urbetter E-Scooters sind die explosionsgeschützten 8 Zoll Wabenreifen, die sicherheitsrisikofrei sind und starke Griffigkeit und Verschleißfestigkeit bieten. Das Bremssystem mit elektronischen Bremsen und Fußbremsen sorgt für effizientes Bremsen und schnelle Reaktion, um die Sicherheit während der Fahrt zu gewährleisten. Mit einem Nettogewicht von 17,4 Kilogramm ist dieser E-Scooter auch leicht und einfach zu handhaben. Auf Platz 3 geht es aufwärts für die Segway Neenbot Kick Scooter. Der Segway Neenbot Kick Scooter Max G30 D2 Powered by Segway ist ein beeindruckendes Elektroroller mit einer Vielzahl von leistungsstarken Funktionen, die das Fahrerlebnis zuverlässiger und komfortabler machen. Mit einer maximalen Reichweite von 65 Kilometern, robusten 10 Zoll Luftreifen und einem praktischen One-Push-Klapprahmen setzt dieser Roller neue Maßstäbe in seiner Klasse. Ein herausragendes Merkmal des Kick Scooters Max G30 D2 ist seine Zulassung für den deutschen Straßenverkehr gemäß der deutschen Straßenverkehrsordnung. Er wird mit einer Fahrzeugidentifikationsnummer und einer integrierten Halterung für das Versicherungsgenzeichen geliefert, was seinen legalen Betrieb auf deutschen Straßen ermöglicht. Das vollfarbige LED-Display des Rollers ermöglicht es dem Fahrer, wichtige Informationen wie Fahrgeschwindigkeit, Batteriestand, Bluetooth-Konnektivität und Wartungsanforderungen leicht abzulesen und den geeigneten Fahrmodus auszuwählen. Dieses benutzerfreundliche Display sorgt für eine intuitive Bedienung und ein sicheres Fahrerlebnis. Ein weiteres herausragendes Merkmal des Kick Scooters Max G30 D2 ist sein einfaches und schnelles Klappsystem. Mit nur einem Fußklick kann der Roller zusammengeklappt und leicht transportiert oder verstaut werden, sei es im Auto, am Arbeitsplatz oder zu Hause. Dies macht ihn äußerst praktisch und vielseitig für den täglichen Gebrauch. Die lange Batterielebensdauer des Kick Scooters Max G30 D2 ist ebenfalls bemerkenswert. Der spezielle Lithium-Batteriepack verfügt über eine wasserdichte Kapselung nach IPX7 und Batterieschutzmechanismen, die eine bessere Stoßfestigkeit, Feuerhemmung und Wasserdichtigkeit gewährleisten. Mit einer vollen Batterieladung kann der Roller eine maximale Reichweite von bis zu ca. 65 Kilometern abdecken, was ideal ist, um Orte und Plätze zu erreichen, die häufig besucht werden. Auf Platz 2 geht es aufwärts für die Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. Der Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 ist ein E-Scooter mit Straßenzulassung, der sich ideal für die Nutzung auf öffentlichen Straßen eignet. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 20 Kilometern pro Stunde im Sportmodus bietet er eine schnelle und effiziente Fortbewegungsmöglichkeit. Der Leistungsstärke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 30 Kilometern, abhängig von Straßengegebenheiten, Körpergröße und Gewicht, und einem Reifenluftdruck von 3,5 Bar. Mit 8,5 Luftreifen bietet der Scooter ein sicheres Fahrgefühl und ist für Betriebstemperaturen von 10 bis 40 Grad Celsius geeignet. Die intuitive und einfache Bedienung ermöglicht eine mühelose Steuerung des Scooters und das duale Bremssystem mit Bremsenergie-Rückgewinnung sorgt für zusätzliche Sicherheit. Das Bremslicht hinten, Frontlicht vorne und seitliche Reflektoren verbessern die Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr, während die LED-Anzeige für Geschwindigkeit, Batteriestand und Fahrmodus praktisch ist. Der Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 ist leicht und klappbar, mit einem Gewicht von nur 12,5 Kilogramm und kann einfach transportiert werden. Die Einstellungen können per iOS, Android Mi Home App verwaltet und gesperrt werden, um den Scooter zu sichern. Die Aktivierung des Scooters für die erste Verwendung erfolgt gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm in der App und sobald der Scooter gesperrt ist, wird der Motor gesperrt und der Scheinwerfer automatisch ausgeschaltet. Der Lithium-Akku des Scooters ist hochgradig sicher und bietet eine hohe Reichweite von bis zu 30 Kilometern bei einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde. Das Chassis aus einer Aluminium-Legierung in Luftfahrtqualität ist leicht und dennoch robust, mit einer Traglast von bis zu 100 Kilogramm. Der TPR-Griff sorgt für bequeme Griffigkeit und ein angenehmes Fahrerlebnis, während das akkurate Handgas eine einfache Steuerung der Fahrgeschwindigkeit ermöglicht. Auf Platz 1 geht es aufwärts für die Joya SE Scooter. Der Joya SE Scooter ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Elektroroller mit einer Vielzahl von beeindruckenden Funktionen. Mit einem starken bürstenlosen Motor bietet der S5 eine schnelle Beschleunigung und ausgezeichnete Steigfähigkeit mit einem maximalen Steigwinkel von 25 Prozent. Die 48 V13-Aper-Stunden-Batterie mit hoher Kapazität ermöglicht eine Reichweite von 40-55 Kilometern und eine maximale Belastung von 150 Kilogramm, was für lange Fahrten oder schwere Lasten ideal ist. Die Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt dieses Elektrorollers. Mit einem mechanischen Bremssystem reagieren die Bremsen schnell und verbessern die Sicherheit während der Fahrt. Die vorderen und hinteren Stoßdämpfer bieten maximalen Fahrkomfort, auch auf unebenen Straßen. Das rutschfeste Pedal verbessert die Sicherheit beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit oder im Gelände. Ein weiteres Highlight des Joya SE Scooters ist seine Tragbarkeit. Er ist einfach zu falten und tragbar, mit einer Größe von nur 1120 von 610 von 525 Zentimetern nach dem Zusammenklappen und einem Gewicht von 22,1 Kilogrammen. Das macht es leicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln zu transportieren oder in Ihrem Auto zu verstauen. Er ist der perfekte Pendlertransport zur Schule, zur Arbeit oder für kurze Fahrten. Der Joya SE Scooter ist auch mit intelligenten Funktionen ausgestattet. Das LCD-Messgerät zeigt die Geschwindigkeit, den Geschwindigkeitsmodus, die Akkulaufzeit, die Beleuchtung und mehr an. Die LED-Scheinwerfer und Rücklichter mit linken und rechten Lenkanzeigen sorgen auch bei Nacht für Sicherheit. Das Bremslicht im Heck schaltet sich beim Bremsen automatisch ein, um eine intelligente und sichere Fahrt zu gewährleisten. Das Fahrerlebnis des Joya SE Scooters ist komfortabel dank der breiteren 10 Zoll Geländeluftreifen und der rutschfesten Linien. Sie bieten eine ausgezeichnete antiseismische Leistung und Rutschfestigkeit, um ein angenehmes Fahrerlebnis auch auf unebenen Straßen zu gewährleisten. Insgesamt ist der Joya SE Scooter ein leistungsstarker, sicherer und komfortabler Elektroroller, der sich ideal für Pendler, Kurzstreckenfahrten oder den Transport von Lasten eignet. Mit seinem starken Motor, langer Batterielebensdauer, Tragbarkeit und intelligenten Funktionen ist er eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die einen zuverlässigen Elektroroller suchen.